Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Suppe mit geröstetem Gemüse. Wenn man Gemüse röstet, entsteht, auch wenn man jetzt so ein wenig auf Tim Melzer kommt, immer ein besonderer Geschmack. In der Suppe mit geröstetem Gemüse wird dieser Geschmack genutzt. Das Gericht ist typisch griechisch. Für sechs Personen werden folgende Zutaten benötigt. Zwei Auberginen, vier möglichst aromareiche Tomaten, zwei rote Paprikaschoten, zwei Zwiebeln, zwei Knoblauchzehen, vier Esslöffel Olivenöl, frischer Oregano-Zweig, Salz, frisch gemahlener Pfeffer, 1,5 Liter Brühe, Gemüsebrühe oder Hühnerbrühe, ein paar frische Basilikumblätter. Folgende Utensilien werden benötigt. Backblech, Backpapier, zwei Schüsseln, Küchenhandtuch, Knoblauchpresse, Topf, Pürierstab. Zubereitung Vorbereitung Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Die Auberginen waschen, trocknen und mit einer Gabel mehrmals einstechen. Die Paprika waschen und trocknen. Die Auberginen mit den Tomaten, den Paprika, den Zwiebeln mit der Pelle und dem Knoblauch mit der Pelle auf das Backblech geben. Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. Das Gemüse mit Olivenöl beträufeln. Das Backblech in den Backofen geben und eine Stunde rösten lassen. Nach einer halben Stunde die Tomaten herausnehmen. Das Gemüse muss sehr weich sein, die Schale des Gemüses sollte reichlich Farbe gezogen haben. Das geröstete Gemüse in eine Schüssel geben. Mit einem Küchenhandtuch abdecken. Die Schüssel mit dem Gemüse über nach kalt und dunkel stellen. Am nächsten Tag die Auberginen in zwei Hälften schneiden. Das Fruchtfleisch mit einem Löffel aus der Aubergine nehmen und in eine Schüssel geben. Die Haut der Tomaten abziehen, den Stielansatz herausschneiden, das Kerngehäuse entfernen und das Fruchtfleisch auch in die Schüssel geben. Die Haut der Paprika abziehen, das ist ganz einfach, die Paprika dabei über der Schüssel häuten, denn der Saft soll in das Gemüse. Den Stielansatz der Paprika herausschneiden, die Paprika vierteln und das Kerngehäuse entfernen. Das Fruchtfleisch kommt in die Schüssel. Die Zwiebeln pellen grob klein schneiden und zu dem Gemüse geben. Den Knoblauch pellen und durch eine Knoblauchpresse in die Schüssel geben. Den Oregano waschen, trocknen und die Blätter von den Stielen zupfen. Fertigstellung Öl in einem Topf erhitzen. Das Gemüse und den Oregano dazugeben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Alles eine halbe Stunde köcheln lassen. Die Suppe dann abkühlen lassen. Mit einem Pürierstab pürieren. Das Basilikum waschen, trocknen, die Blätter von den Stielen zupfen. Die Suppe noch einmal erwärmen. Die Suppe in Suppentellern anrichten. Mit Basilikum dekorieren. Als Beilagen eignen sich Weißbrot, Ciabatta oder Barget. Kleine Pastasorten als Einlage für die Suppe kurz vor Ende der Kochzeit zugeben und mitkutschen lassen. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!